Dieses Video wird gesponsert von Universal, denn am 5. Oktober, also heute, kommt der Horrorfilm Der Exorzist Bekenntnis in die deutschen Kinos. Und um euch darauf einzustimmen, möchte ich einmal zeigen, wie real und wie aktuell gruselige Exorzismen hier in Deutschland sind. Viel Spaß! Ich gehe mal davon aus, viele von euch werden wissen, was genau ein Exorzismus ist. Es ist letztendlich eine uralte religiöse Praxis, wo man eben versucht, aus Menschen, die vom Teufel übernommen wurden, böse Geister, Dämonen oder den Teufel selbst wieder herauszutreiben. Sprich, Menschen, die von einem übernatürlichen Geist, einem bösen Dämon, befallen wurden, können so von diesem Dämon befreit werden und ein normales Leben führen. Dies ist erstmal die grundsätzliche Prämisse, die bereits seit dem Mittelalter angewandt wird. Doch bei diesen Exorzismen kommt es immer wieder zu unfassbar brutalen Methoden, die in vielen Fällen auch tödlich enden. Wer nun allerdings glaubt, dass Exorzismen ein Ding der Vergangenheit sind, eine Praxis, die heutzutage nicht mehr angewandt wird, der liegt weiter neben. Denn der letzte Exorzismus, der in Deutschland durchgeführt wurde, fand nicht im Jahr 1930 oder so statt, sondern tatsächlich höchstwahrscheinlich heute. Vielleicht vor wenigen Stunden, vielleicht aber auch jetzt gerade, findet in Deutschland ein Exorzismus statt. Denn laut unterschiedlichsten Schätzungen sollen tagtäglich sechs bis zehn Menschen in Deutschland einem Exorzismus unterzogen werden. Das heißt, es gibt hier viele Menschen, die angeblich besessen sind und die man versucht zu reinigen. Manche dieser Exorzismen sollen angeblich von der katholischen Kirche geleitet werden, diese leugnet das allerdings. Aber die anderen Exorzismen kommen zum Beispiel durch Sekten oder Freikirchen hier in Deutschland. Das bedeutet, der Exorzismus selbst, so brutal und schrecklich er auch sein mag, ist nichts, was heutzutage nicht mehr hier in Deutschland existiert. Und bei eben genau diesen Teufelsaustreibungen kommt es immer wieder zu unfassbar gruseligen und verstörenden Vorfällen. Und über genau so einen gruseligen Vorfall wollen wir einmal sprechen, der hier in Deutschland im Jahr 2015 stattfand. Und zwar in Frankfurt am Main. Ich fand dieses Thema zur Seite sehr passend, weil eben am 5. Oktober der Horrorfilm Der Exorzist Bekenntnis in die deutschen Kinos kommt. Und um euch auch Lust zu machen auf eben den Horror, der euch erwartet, möchte ich euch einmal zeigen, wie real der Horror des Exorzismus wirklich ist. Das Ganze passierte am 5. Dezember, als die Polizei in ein Hotelzimmer Nummer 433 des Interkontinentalhotels in Frankfurt am Main kam. In diesem Hotelzimmer angekommen, bemerkten die Beamten eine mittelalte Frau auf dem Boden liegen. Sie war knapp über 40 Jahre alt gewesen, hatte ein Tuch über dem Gesicht und sie war tot. Bei genauerer Betrachtung dieser Frau sah man einen schmerzverzerrten Ausdruck in ihrem Gesicht. Der Körper war von blauen Flecken übersät und in ihrem Rachen bzw. in ihrem Mundraum steckte ein zerknülltes Handtuch und ein Kleiderbügel, der mit Schaumstoff umwickelt war. In diesem Zimmer war in der Nacht von dem 4. auf den 5. Dezember etwas unfassbar Grausames und Schreckliches passiert. Damit wir aber verstehen können, was in dieser Nacht passierte, müssen wir noch ein kleines bisschen zurückschauen. Und zwar handelt diese Geschichte von einigen Leuten aus Südkorea. Eine südkoreanische Familie wollte hier nach Deutschland kommen, um ein Import-Export-Geschäft in Frankfurt am Main zu eröffnen. Das war zunächst einmal die grundsätzliche Idee gewesen. Sie hatten eben in Südkorea Probleme, was die Arbeit anging, der Ehemann war arbeitslos gewesen, also entschieden sie sich, dass sie etwas versuchen wollen hier in Deutschland. Damit sie das Ganze aufbauen konnten, sind die ersten Familienmitglieder bereits hierher gereist. Der Vater und das Familienoberhaupt blieb zurück in Südkorea, da er noch einige Dinge zu erledigen hatte, wollte aber möglichst schnell in ein Flugzeug steigen, um seine Familie ebenfalls zu unterstützen. Das bedeutet nach Deutschland selbst flogen seine Ehefrau, der gemeinsame 15- oder 16-jährige Sohn, die Cousine der Ehefrau und das Kind von der Cousine, ebenfalls ein minderjähriger junger Erwachsener. Dies waren die Leute, die hierher kamen, um eben das neue Leben in Deutschland zu starten. Sie hatten relativ viel Geld mitgebracht und entschieden sich erstmal, sich eine Wohnung in Sulzbach zu suchen. Sulzbach ist eben in dieser Rhein-Main-Region und dort bekamen sie auch ein Haus in einer sehr ruhigen und nett gelegenen Nachbarschaft. Doch bereits als diese koreanische Familie in dieses Haus eingezogen war, passierten seltsame Dinge. Denn die Nachbarn beschrieben, dass diese Familie zwar immer nett und freundlich war und auch sehr gepflegt aussah, aber sobald sie in das Haus gingen, ließen sie alle Jalousien runter. Sprich, das gesamte Haus wurde sofort abgedunkelt, sobald die Familienmitglieder im Inneren waren. Und mitten in der Nacht konnten die Nachbarn plötzlich koreanische Gesänge aus dem Haus hören, die wie rituelle, religiöse Gesänge klangen. Und diese Gesänge wurden immer wieder von lauten, markerschütternden, panischen Schreien durchbrochen. Dies war etwas, was natürlich den Nachbarn Angst machte. Sie fragten sich, was dort in diesem Haus vor sich ging, und es war natürlich auch eine Ruhebelästigung, wenn jede Nacht laute Schreie und Gesang ertönt. Sie beschwerten sich also dann bei dem Vermieter, der nach dem Rechten schauen will. Und als dieser Vermieter dann die Tür öffnete, beziehungsweise klingelte, sah er, was da drinnen schon mal vor sich gegangen war. Denn er betrat dieses Haus, diese Wohnung, die gemietet wurde, und sah, dass der gesamte Boden mit einem seltsamen Granulat ausgelegt war. Er fragte die Familienangehörigen, was los sei, und sie erklärten ihm, dass diese Wohnung oder dieses Haus, in dem sie sich befanden, eindeutig verflucht sein muss. Das Ganze begann schon kurz nach dem Einzug, als eben die ersten Personen anfingen, seltsame Stimmen zu hören. Die Cousine der Frau, die sehr religiös ist, sagte so zum Beispiel, dass sie, sobald sie im Haus gewesen ist, hören konnte, wie Dämonen oder böse Geister mit ihr sprachen. Sie konnte zwar niemanden direkt sehen, der mit ihr redete, aber sie hörte ganz klar ihre Stimmen, die sie bedrohten. Dies war das Erste, was gruselig aufgefallen war. Dann bemerkten die Kinder, nachdem sie einige Nächte dort geschlafen hatten, dass sie jede einzelne Nacht wiederkehrende, schreckliche Albträume hatten. Zudem hatten sie auch in der Garage des Hauses bemerkt, dass ein seltsamer schwarzer Schatten an der Wand zu sehen war, der kurze Zeit, nachdem sie den erblickt hatten, wieder verschwand. Als diese Familie das bemerkte, machten sie sich Sorgen. Sie ahnten schon, dass diese Wohnung von einem Dämon oder mehreren Dämonen besessen war, beziehungsweise übernommen worden war, und deswegen wollten sie sich schützen. Deswegen hatten sie eben Granulat auf dem ganzen Boden verteilt, weil die Cousine der Frau selber sagte, sie hätte relativ viel Ahnung, wie Exorzismen durchgeführt werden, beziehungsweise wie man sich vor bösen Geistern schützt. Dieses Granulat sollte also einfach nur, ähnlich wie die religiösen Gesänge, dafür sorgen, dass die bösen Geister sich fernhalten und vielleicht sogar das Haus verlassen. Die Schreie, die die Nachbarn gehört haben, deuten allerdings da schon darauf hin, dass eine der Familienmitglieder das Gefühl hatte, von einem Dämon angegriffen oder besessen zu sein. Der Vermieter machte sich natürlich zu Recht Sorgen. Er verstand nicht, was da vor sich ging, aber glaubte selber nicht an Geister. Er bemerkte jedoch, dass eine Heizung in dem Gebäude seltsame, gluggernde Geräusche machte und ließ das umgehend reparieren. Er war wahrscheinlich davon ausgegangen, dass die Familie diese Geräusche gehört hat und davon ausging, dass es irgendwelche bösen Stimmen waren, wenn es in Wahrheit einfach nur ein ganz normaler Defekt gewesen ist. Doch die Heizung schien nicht der Auslöser gewesen zu sein. Denn schon kurze Zeit, nachdem der Vermieter wieder weg war, zog diese Familie mitten in der Nacht aus dem Haus aus und ließ sich dann in einem recht teuren Hotel in Frankfurt einquartieren. Dies ist das Interkontinentalhotel und dort bekam die Familie das Zimmer Nummer 433. So weit, so gut. Die Familie hatte also das Gefühl, die alte Wohnung war verflucht, in der alten Wohnung waren Dämonen, Geister und sonst etwas. Also flohen sie, um in diesem Hotel Schutz zu suchen, bis der Ehemann da ist, bis sie eine neue Wohnung gefunden haben. Doch als sie in diesem Hotel angekommen waren, bemerkten sie, dass was auch immer sich in der Wohnung befand, sie scheinbar verfolgt hatte. Und zwar war ein Familienmitglied, die Ehefrau, betroffen gewesen von so einem Geist. Die Familienmitglieder sagten später vor Gericht aus, dass eben diese Frau, die etwas über 40-jährige Frau, plötzlich anfing, seltsam mit sich selbst zu reden. Sie schrie rum, führte wütende Selbstgespräche, schrie die Familienmitglieder sogar an, dass sie vorhabe, sie alle aufzufressen. Das bedeutet also, diese Mutter schien auf einmal wie besessen zu sein. Ihr ganzer Charakter änderte sich von heute auf morgen. Es war, als wäre sie ausgewechselt worden und als wäre an ihrer Stelle etwas pur Böses, das sich nun mit in diesem Zimmer Nummer 433 befand. Angeblich sollen auch andere Hotelgäste mit angehört haben, wie seltsame Stimmen, seltsame Gespräche und Schreie zu hören waren. Die Familie wollte natürlich sofort etwas unternehmen. Und da, wie ich ja vorhin gesagt habe, die Cousine meinte, sie hätte sehr viel Ahnung von Exorzismen, entschied sie sich, bei der eigenen Cousine einen solchen Exorzismus durchzuführen. Die Cousine wurde also zum Bett gebracht, dort wurde sie auf dem Bett fixiert und man versuchte, den Geist aus ihr rauszuholen. Die Art, wie dieser Geist allerdings rausgeholt werden sollte, war extrem brutal. Anhand der Hämatome und der Zeugenaussagen können wir daraus schließen, dass die Familienmitglieder anfingen, auf diese Frau einzuschlagen. Sie schienen sie also am ganzen Körper mehrfach zu schlagen und vielleicht sogar zu treten. Die Frau hatte zwischendurch immer mal wieder Momente, wo sie klar denken konnte. Wo sie zum Beispiel sagte, mir ist so heiß, etwas stimmt mit mir nicht. Deswegen hatten die Familienmitglieder aus der Minibar Softdrinks genommen und ihr diese Softdrinks ins Gesicht gekippt. Einfach, um sie abzukühlen. So war jedenfalls ihre Aussage vor Gericht. Die Frau soll übrigens selber das Okay gegeben haben, das ist nur die Aussage der Familienmitglieder, dass dieser Exorzismus bei ihr durchgeführt wird. Das sagte sie immer in den Momenten, wo sie klar gewesen ist. Da sie allerdings immer wieder anfing herumzuschreien, scheinbar auch versuchte, die anderen anzugreifen und zu beißen, entschieden sie sich, ihren Mund zu fixieren und stopften deswegen eben ein Handtuch beziehungsweise auch einen mit Schaumstoff gekleideten Kleiderbügel in ihren Mund beziehungsweise in den Rachen rein. Alles, damit sie nicht um sich beißen konnte und damit sie nicht so viel rumschreien konnte, wie sie es denn tat, beziehungsweise Selbstgespräche führen konnte. Diese Tortur ging eine ganze Zeit lang so weiter. Währenddessen hatte eben der Sohn immer wieder bei seinem Vater in Südkorea angerufen und ihn jedes Mal gebeten, er solle unbedingt zu Hause für die Mutter beten, weil sie eben besessen ist, weil sie verrückt ist, weil sie alles geben, um sie von dem bösen Geist zu befreien. Der Vater, der zurückgeblieben ist, sagte selbst aus, dass er sofort sich darum kümmerte, einen Flug nach Deutschland zu bekommen, um eben seiner Familie Beistand zu leisten. Allerdings waren alle seine Bemühungen zu spät gewesen. Denn schon wenige Stunden nach dem letzten Anruf des Sohnes bei seinem Vater kam es dazu, dass die etwas über 40-jährige Frau in sich selbst zusammenbrach. Sie konnte diese Tortur einfach nicht mehr länger aushalten. Es war zu viel für ihren Körper gewesen. Und so verstarb sie im Zimmer 433. Als sie eben zusammensackte, auf dem Boden lag, riefen die Familienangehörigen nicht ein Krankenwagen oder die Polizei, sondern eben ein Pastor ihrer Kirche, der sie angehörten, der hier in Deutschland war. Dieser Pastor kam, weil sie sagten, sie hätten ein religiöses oder spirituelles Problem. Als er allerdings die Tür öffnete und den leblosen Körper am Boden sah, wusste er, dass das hier eben ein körperliches, ein medizinisches Problem ist und nichts religiöses. Sofort verständigte er eben die Behörden, den Polizei, den Krankenwagen. Doch für die Frau kam jede Hilfe zu spät. Die Familie hatte einen grausamen Exorzismus durchgeführt, wurde dafür vor Gericht gebracht und sie bekam dafür auch ihre Strafen. Die Cousine bekam eine Haftstrafe von sechs Jahren. Die restlichen Mitglieder, weil sie eben geführt oder geleitet wurden und weil sie eben zum Beispiel auch größtenteils minderjährig waren, hatten nichts zu erwarten. Sie haben letztendlich Bewährungsstrafen gekriegt, weil eben die Cousine als die Hauptverantwortliche gesehen wurde. Dies war der unfassbar gruselige Vorfall, der sich in Frankfurt ereignet hatte. Aber wir wollen natürlich auch einmal gucken, was genau kann hier Logisches passiert sein? Haben wir logische Antworten, was dieser Exorzismusfall war? Zunächst einmal dieses Haus, das sie gemietet hatten, hatte keinerlei vorherige Information, dass dort Geister oder Co. gewesen sein sollten. Als der Vermieter, nachdem die Familie ausgezogen war, wieder das Haus betrat, bemerkte er neue merkwürdige Dinge. So stand zum Beispiel ein Wok mitten im Raum, der gefüllt war mit Fett und in diesem Fett schwamm eine Socke und eine Unterhose. Zudem bemerkte er verbrannte Telefone inmitten des Raumes. Das heißt, scheinbar wurden auch schon erste Exorzismen oder Rituale in diesem Haus durchgeführt. Seitdem gibt es keine Information, ob jemals wieder Geister in diesem Haus bemerkt wurden oder nicht. Dies war also das Erste, was merkwürdig gewesen ist. Doch es geht noch weiter, denn man muss Folgendes ganz klar sagen. Die Dinge, die die Frau gemacht hat, waren seltsam, aber nicht unerklärlich. Es gab keine Vorfälle, dass sie übermenschlich stark zum Beispiel war. Sie wirkte einfach nur so, als hätte sie auf einmal eine Psychose bekommen. Als wäre sie plötzlich durchgedreht. Dies kann Grund einer Krankheit sein. Es gibt keine Information, ob sie wirklich eine psychische Krankheit hatte. Aber es könnte eben sein, dass es durch so eine Krankheit entstanden ist. Oder es könnte auch einfach sein, dass sie sich das Ganze einbildete. Wie gesagt, die Cousine sagte selbst, sie hätte viel Ahnung von eben Teufelsaustreibung und die ganze Familie war hochreligiös gewesen. Wenn die Cousine eben der Familie eingeredet hatte, dass dort Geister im Haus waren, dass die Geister sie vielleicht übernommen haben, könnte es sein, dass die Mutter vielleicht eine Psychose entwickelte dadurch und deswegen anfing, sich wie ein Dämon zu verhalten. Einfach, weil sie selber davon ausgegangen war, dies wäre wirklich mit ihr passiert. Dies ist natürlich auch nur eine Theorie, die wir nicht bestätigen können. Aber es ist das, was am logischsten erscheint hierbei. Es sei denn, man glaubt natürlich an Dämonen, Geister und sonst etwas. Meistens ist es so, dass wenn man von etwas vollkommen überzeugt ist, wenn man also vollkommen glaubt, Geister, Dämonen und ähnliches sind echt, dann ist es auch wahrscheinlicher, dass man von sich selbst denkt, man wäre vielleicht besessen, wenn man kleine Merkwürdigkeiten an sich bemerkt. Es könnte also sein, dass dies ein Vorfall war. So oder so muss man sagen, dass hier etwas unfassbar Grausames passiert ist. Ein grausamer Angriff auf diese Frau und es zeigt, dass die Gefahr von Exorzismen, von Teufelsaustreibung bis heute in Deutschland immer noch real sind. Und wenn ihr jetzt das Gefühl habt, dass Exorzismen euch Angst machen, dass ihr aber doch trotzdem mehr erfahren wollt, dass ihr euch mehr gruseln wollt vor dieser reellen Gefahr, dann kann ich euch sehr den Horrorfilm Der Exorzist Bekenntnis empfehlen. Dieser Film kommt in die deutschen Kinos am 5. Oktober und ich kann ihn euch allen nur empfehlen. Es geht um zwei junge Mädchen, die eben in einem Wald plötzlich verschwinden und drei Tage später wieder auftauchen, ohne Erinnerung, was dort wirklich passierte. Das Einzige, was die Angehörigen schnell bemerken, ist, dass diese beiden Mädchen etwas mitgebracht haben, das sich scheinbar dort im Wald oder wo auch immer sie gewesen sind, versteckte. Ein böser Geist, der schon einmal da war. Wenn ihr eben euch für Geister und Dämonen interessiert oder einfach Horrorliebhaber seid und vielleicht auch Fans seid von dem originalen Teil Der Exorzist, dann ist dieser Film eine absolute Filmempfehlung. Er ist eben das typische, was man von Der Exorzist kennt, nur in einem moderneren Setting. Und man trifft eben auch alte Bekannte, die man aus dem ersten Film vielleicht schon kennt. Wenn ihr euch also mal so richtig gruseln wollt, dann denkt dran, geht am 5. Oktober ins Kino und guckt Der Exorzist Bekenntnis. Vielen Dank an Universal für die Zusammenarbeit. Und um euch jetzt noch in Stimmung des Filmes zu bringen, kommt hier einmal der Trailer. Habt keine Angst. Wir sind uns schon mal begegnet. Suchst du nach Regen? Suchst du nach Regen? Sie baten mir alle! Mach, dass es aufhört! Was denken Sie, ist das Böse? Ich sage Ihnen, was ich denke. Wir werden mit Hoffnung und Träumen geboren. Und dem Wunsch, glücklich zu sein. Dad. Irgendetwas passiert mit meiner Tochter. Hilfe! Hilfe! Es passiert auch mit meiner Tochter. Der Teufel hat nur einen Wunsch. Wohin die Mädchen auch gegangen sind, sie haben etwas mit zurückgebracht. Wir sollen den Glauben verlieren. Ich glaube, Sie können helfen, unsere Mädchen zurückzuholen. Ihn in uns auslöschen. Und der Teufel gibt nie auf. Sie weiß, wer ich bin. Wo ist die andere? Sie hat auf mich! Was Sie hier tun, ist gefährlich. Es sind Menschen auf beiden Seiten der Besessenheit gestorben. Komm schon, Schatz hier. Komm schon! Wenn du das nicht überlebst, werde ich es auch nicht. Mama! Ich bin hier! Ich kann dich nicht sehen! Baby, ich bin hier! Ich will nicht in die Helle! Dein Gott hat dich betrunken. Es sind zwei Handschläge. Funktioniert das? Die beiden schlagen sie in Kronen. Sei stark! Was hast du getan? Ein Mädchen lebt, ein Mädchen stirbt. Ihr müsst wählen.